Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Was ist die Lösung dieser Aufgabe? Benötigst du noch Bedenkzahl, dann klicke kurz auf Pause, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. 0,5 kann ich auch schreiben als 1,5, also 1,5 hoch minus 1. Bei hoch minus 1 schreiben wir immer 1 durch und dann kommt der komplette Ausdruck in den Nenner, nur das Vorzeichen dreht sich um, anstatt minus, also ein Plus. Und das Plus 1 kann ich auch weglassen, ich habe also noch 1 durch 1,5. Denn der Bruchstrich ist wie ein Geteilzeichen, ich kann also schreiben 1 geteilt durch 1,5. Und anstatt geteilt durch einen Bruch kann ich auch mal den Kehrwert rechnen, also Zähler und Nenner vertauschen und dafür einen Malpunkt schreiben. 2 Eintel ist 2 und 1 mal 2 logischerweise ist 2. Daher richtige Antwort, Antwort A. Schreib mal in die Kommentare, ob ihr es lösen konntet. Ich teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.